jo leute willkommen wieder auf meinem kanal maxim der mann für alles heute ist nur ein kleines info video ihr seht bin ich gerade auf meinem kanal und zwar hier seht ihr gerade dass ich auf der startseite bin also ihr seht gerade und falls ihr also hier sieht man ja immer nur die ersten drei videos falls ihr mehr sehen wollt könnt ihr auch diesen pfeil nach unten drücken dann kommen die nächsten drei videos hier und falls ihr noch mehr also alle videos sehen wollte ich habe drückt ihr hier auf uploads oder uploads wie er das nennt eigentlich glaube ich uploads und dann sind hier alle meine videos sind jetzt mittlerweile über 20 stück 21 glaube ich ja und dann findet ihr halt alle videos und das wollte ich nur sagen für die die das nicht wissen hier findet man alle meine videos dann kann man ganz normal zurückgehen hier findet ihr meine playlisten falls ihr alle sehen wollt müsst ihr wieder den pfeil nach unten drücken ja das war es eigentlich schon das wollte ich nur sagen folgt mir auf instagram hier coolmaxim 702 und dann sehen wir uns beim nächsten einen neuen coolen geilen youtube video und noch ein eine kleine info jetzt gibt es alle drei tage ein neues video dann sehen wir uns beim nächsten video lasst es euch gut gehen und ciao